und damit herzlich willkommen zum zweiten part von trialsfusion was geht ab mein lieben freund neuer rillekopf ernie hier und herzlich willkommen zum zweiten trialsfusion let's play meine lieben ich bin richtig wieder alter ich war so tot ja falls eigentlich noch nicht das rice let's play gesehen haben das kam ja vorhin online bzw ich weiß nicht ob das gestern oder heute noch junger ich bin so wille alter scheiße ich kann nicht mehr reden ja auf jeden fall ja wir waren gestern feiern gewesen falls es eigentlich nicht mitbekommen haben das hat ich aber auch schon im rice let's play gesagt wir waren feiern gewesen haben wir belvedere wodka alles getrunken und ich bin einfach nur ich habe kater von gestern was ist das denn man ich habe das doch schon hier freigeschaltet ach so doch nicht ja wir haben hier in jedem level leider nur bronze ja ich würde sagen wir machen jetzt irgendeinen schnell auf gold aber das überspringen ich weiß schon im letzten let's play hatten dann würde ich sagen sehen wir uns auch gleich direkt wieder wenn wir die nächste episode freigeschaltet haben wir brauchen neun medaillen wir haben gerade mal sieben das heißt wir müssen jetzt hier eins von den beiden auf gold machen alles klar mein lieben bis gleich so mein lieben freund wir haben kurz das erste hier auf gold gemacht jetzt haben wir dieses zweite stage freigeschaltet die hier zack freigeschaltet aktisches open ja wir brauchen 20 medaillen fürs nächste also wir müssen jetzt hier richtig reinhauen alter es geht weiter trainingsprogramm nummer zwei zeigen uns hier was neues jetzt zeigen uns irgendwas neues geht doch mal deutsch du bitch okay okay balance balance so scheiße ja jetzt aber ja genauso perfekt jetzt kommt das nächste okay okay guck mal jetzt oh mein gott wie geil alt habt ihr das gesehen jetzt geht weiter salto salto das muss man eigentlich gar nicht machen freuen die bringen aber nur ein bisschen mehr punkte ja das sind doch schon sachen wie man alles weiß oder kann man sagt wo der automatiker sagt ja freigeschaltet freunde ja jetzt geht es auch direkt weiter mit dem ersten level meine lieben so ich freue mich schon drauf das spielt letztes mal so bock macht an 9000 klicks erreicht das freut mich richtig und über 900 likes fast die 1000 likes er würde mich freuen wenn wir dass diese folge wieder schaffen die fast 1000 likes zu schaffen oder knacken vielleicht sogar diesmal die 1000 likes wäre richtig geil ja wer wird auf jeden fall ich werde versuchen diese stets hier komplett zu beenden ich weiß nicht wie lange das dauern wird aber wenn er schon schaffen ja wie gesagt im rice display waren gestern feiern gewesen so ein kollege der hat 21.000 euro gewonnen hatte ein und überlegt euch das mal 21.000 euro hat er gewonnen mit tippico im tippschein hatte richtig krank 21.000 einfach nur mit dinge sein das ist so krank einfach 21.000 gewonnen hat man schön hier paar bell bei der flaschen geöffnet im club ja und das hat den armen blocker hatte bestimmt 2000 bezahlt ja 2000 hat er bestimmt bezahlt 2000 alleine dinge so krank ne oh fuck ach so da geht es runter wird einfach 2000 gezahlt alter junge ich weiß nicht wie viel das aber richtig viel hat er bezahlt was das für eine geile strecke alter junge ich mache die ganze zeit umsonst diese saltos ja scheiße ja guck mal jetzt haben wir das wieder nicht in gold geschafft egal vielleicht beim nächsten mal schon schaffen was ist richtig geil ja ja wir haben schon nur bronze oder so ja oder silbermetalle perfekt ja mein lieben freunde so zweites level auch geschafft wir mal gucken ob wir alle alle schaffen ich würde sagen wir machen so bis tiefgefroren tiefgefroren machen wir fertig so was haben wir jetzt geschafft das haben wir geschafft jetzt kommt druck puat ich habe auch druck an den eiern hatte ich auch gestern druck auf den eiern freunde aber ich möchte euch sagen ich sehe ich liebe euch liebe ich bin einfach kacke ohne witz bei mir dreht sich noch alles ich habe einfach so viel gesoffen gestern das ist nicht mehr normale stefan genauso beide waren todes rille hätte heute ein pack opening hochgeladen auf unserem kanal viel tiefer und alle rille 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 mille oh mein gott was ist mit der strecke hier richtig geil fuck 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 umgedreht wollte ich nicht alter wie komme ich denn hier hoch so junge richtig feuer hinterm arsch wortwörtlich das spiel ist sau geil jetzt habe ich auch viele gewünscht dass ich das spiel ungefähr ja drei zwei bis dreimal die woche let's play daran werde ich mich auch halten freunde das kommt dann immer extra zusätzlich an einem tag wo kein video kommt glaube ich oder ich muss mal gucken wie ich das machen wir da auf jeden fall zwei bis drei mal ich habe noch nicht mein laptop neu hinbekommen das heißt slender wird es leider erst die nächsten tage geben und ja also heute ist ja sonntag ja ist heute sonntag was ist heute ist ostersonntag genau und ja erstmal frohe ostern alter frohe ostern habe ich voll vergessen zu sagen alter frohe ostern an euch alle da draußen und was wollte ich jetzt sagen ach ja das nächste battlefield let's play kommt am dienstag online also immer jeden zweiten tag habe ich ja schon gesagt gehabt und ja da werden wir gucken was wir erstmal machen vielleicht machen wir auch schon direkt die erste folge unserer neuen serie weil ich wollte auch eine damals angekündigt wo und die heißt dann unsere mission wo wir dann versuchen werden die herausforderung freizuschalten oder oder ihr sagt zum beispiel versuche zehn headshots in einer runde oder sowas dann muss das machen dass dann so zielen immer unsere das wird es auch heißen unsere mission ja irgendwie sowas welchen schon was einfallen lassen auch irgendwas mit der sniper also habt ihr gesagt ist auf jeden fall in der sniper was machen da der joey jetzt weg ist wo war richtig geile strecke das spiel macht so laune und ich habe mich gecrasht man ich will auch einfach was schaffen ohne zu crashen so zack ich bin so idiot ich bin so dumm aber muss man schon echt sagen obis oft hat sich hier echt mühe gegeben mit dem spiel die grafik also dafür dass es so ein mini spiel ist die grafik auf jeden fall echt gut und scheiße fliegt einfach da runter alter ja der ist bestimmt nicht tot also der war bestimmt auch nur der typ kommt komm weiter geht es ja weiter geht es vielleicht schaffen die komplette stage aber glaube ich nicht wir sind jetzt ungefähr schon bei sieben minuten und ja ich muss halt zwei let's plays hochladen einmal rice und das hier aber schaffe ich schon ganz ruhig meine lieben aber das spiel ist so todes geil ne dieses trials fusion das macht einfach so bock ja und werden das auf jeden fall auch demnächst online zocken aber zurzeit sind die server richtig am arsch und ja wir müssen auch mal so machen dass wir einmal die woche machen wir dann hier die kampagne weiter also das hier und einmal die woche zocken wir online levels von irgendwelchen usern die die gemacht haben zum beispiel da kann einfach komplett der eigene map erstellen und das dann spielen und da habe ich auch schon nicht mal rumgeschaut da gibt es richtig geile levels auch richtig schwierige das ist einfach nur richtig lustig werden alter die haben so geil in einem level kann man sogar basketball spielen da kommt ihr so ein ball entgegen und dann musst du er ist so lustig dass du musst diesen ball mit dem kopf dann da reinballern irgendwie das ist so geile ab geht die post hier sagt das motorrad ist richtig geil das haben wir neu freigeschaltet es klebt richtig am boden das merkt man schon jetzt geschafft oder was ja da geht anscheinend doch schnell wer kommen die anderen mehr wir sind jetzt bei keine ahnung wie lange wir schon jetzt hier jetzt planen aber wenn jetzt noch auf jeden fall tief gefroren kommen sollen wir noch schnell alle drei machen also ich war ein machen alle drei wenn die komplette stetsch fertig das ist cool dann können wir vielleicht pro let's play immer ein komplettes level versuchen zu schaffen aber ich habe gehört es soll in der kampagne am ende richtig schwer werden also wir sind jetzt gerade noch bei stufe leicht und da gibt es stufen die heißen dann schwer oder extrem schwer und da braucht man für manche level einfach 300 versuche oder so wir sind ja gerade oben links kann man immer die versuche sehen wie viele wir schon gemacht haben und ja da braucht man 300 versuche mit bestimmt so lustig sein wie ich mich da aufregen werde ich werde natürlich nicht alle 300 versuche zeigen sondern immer nur die besten stellen wo ich mich dann aufregen und das wird richtig geil werden ich freue mich auf diese schweren levels aber ich bin eigentlich ein typ der solche spiele ganz gut spielen kann ich habe das damals auch pc gespielt bei spielspiele.de vielleicht kennen die seite einiger von euch da gab es ja auch so mini spiele mit motorrädern da musste man mit der tastatur spielen also warum red ich gerade so double time hat da bin ich gerade richtig kolleger modus double time rap ich bin der beste bei der welt und wir haben gold geschafft wir haben kein einziges mal gecrasht freunde perfekt so wie viel level gibt es denn auch wenn es zwei sind schaffen wir das heute auf jeden fall ja guck mal perfekt zwei level die machen wir noch beide fertig meine lieben uh ja geil o matico ja wie gesagt frohe ostern habe ich total vergessen im rice let's play zu sagen ich will das deshalb jetzt nach frohe ostern verbringt den tag mit eurer familie ich verbringe den tag mit euch hier auf der konsole nein spaß aber ja ich war schon meiner familie gerade essen beziehungsweise mein vater hat hier gekocht was ist das denn alter warum ist was das denn jungen ist ja richtig komisch gewesen gerade hier oh fuck 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 jungen halt schon unter kontrolle 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 so jetzt aber jetzt geht es ab hier wow 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 jungen was das für ein level alter richtiges rille level jungen das kann ich doch nicht spielen auf rille boah jungen ist das geil so zack jetzt geht es hier ab wenn man kann auch select drücken dann kann man das level komplett noch mal neu starten guck mal ich drücke jetzt einfach select ich starte das level noch mal komplett neu und dann haben wir null versuche das ist dann jetzt wenn wir wenn wir das auf gold machen wollen oder so aber ich wollte euch das jetzt einmal mal zeigen ey man ey ich bin doch so ein idiot warte komm jetzt neuer versuch jetzt schaffen wir es freunde komm ich mach zu viele saltos die saltos bringen ja keine punkte es kommen ja später so missionen wo die saltos und sowas punkte bringen aber jetzt sind wir da noch nicht so weit dass uns die saltos punkte bringen oder sowas so zack jetzt aber komm fahr 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 jungen ey das ist so schwer alter bin ich irgendwie zu dumm oder was ist hier los alter es ist komisch mit diesem motorrad hier weil das immer so schnell nach vorne springt und alles aber ja es hat mich gefreut dass einige sich von euch das spiegel gekauft haben als haben wir sehr viele leute eigentlich nachrichten geschrieben mann er auf viel fifa und viel gaming tv ja trott ist richtig geil ich hab mir das dann gekauft und so ich fand dann letztlich richtig cool ja und sowas freut mich natürlich auch richtig wenn ich euch dazu anspornen kann die spiele zu kaufen und warum ist das jetzt so schwer alter guck jetzt fängt schon an mit diesen ganzen versuchen alter scheiße jetzt aber jetzt schaffe ich es kommen jetzt schaffe ich jetzt kommt der salto und ich die gürtel gecrasht scheiße wie schwer das ist aber schon fünf versuche gebraucht kriegen ich mal bronze hier alter kriegen kupfer kriegen der kupfer alter kranke scheiße junge vor das level ist ja mal krank junge was ist das denn hier oh mein gott boah habe ich noch ein salto geschafft komm 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 alter das macht richtig bock gerade dieses level komm fahr junge gib gas gib ihm böse junge gib ihm geil alter wann ist das denn mal geschafft hat level hier woher kommt auf einmal die strecke ins bild was dauert er richtig lange mann richtig lange mann daher kommen jetzt haben wir nächster kontrollpunkt wieder sagt boah junge ich bin voll unter adrenalin ich das zocke hier man mir komplett das ziel ja geschafft ich habe noch gecrasht aber es geht weiter hier boah und da ist das ziel also mittendrin reingefahren mit sechs versuchen ja geil alter wir haben schon die neue zentrale freigeschleiter aber man braucht insgesamt 21 münster 19 medaillen perfekt können wir direkt beim nächsten let's play dort weitermachen machen wir noch schnell das in luftiger höhe dann haben wir die komplette stetsch fertig freunde ich bin rille heute abend geht es weiter wie der richtige osterrillen osterhasen osterrillen oh junge ihr werdet wahrscheinlich denken junge der ist auf crack oder so aber nein ich bin einfach nur ich springe mit y am ende des sprungs ab und gleite wie ein adler was das denn oh mein gott was ist das denn warte mal oh mein gott oh mein gott was ist das denn was das war das komplette level das machen wir noch mal freunde das war lustig alter vielleicht können wir ein bisschen weiter springen als haben wir das nächste freigeschaltet hier dann werden wir auf jeden fall beim nächsten let's play weitermachen freunde also müsst ihr wieder auf jeden fall einschalten aber das will ich noch einmal hier machen alter komm einmal geben das noch einmal dieses springen hier alter richtig geil können wir einfach so weg springen och komm lad schneller freunde ja ich würde aber sagen wir verabschieden uns schon mal an dieser stelle ich mache schon mal den gewohnten satz ja ich war es kann machen was ich bringe ich bringe jetzt hier ab jetzt jetzt genau jetzt genau jetzt genau jetzt genau jetzt geile ach scheiße man muss von da vorne abspringen okay aber ich weiß was ich falsch mal komme ich muss erstmal langsam fahren und jetzt jetzt schnell jetzt 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 gas geben jetzt gas jetzt gas scheiße das war scheiße kann einmal jetzt 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 gibt gas gibt gas gibt gas gibt gas gas gibt gas ich bin so ein vogel geflogen alter haben wir einen rekord geschafft ja haben wir perfekt ja mein lieben freunde würde ich sagen war es das jetzt ja auch an dieser stelle vom zweiten trials fusion let's play mich würde es freuen wenn wir hier fast die tausend oder schaffen heute die tausend likes ja dann würde ich sagen jetzt nächste woche weiter hier also übermorgen mit battlefield 4 haltet euch ran freunde seid immer dabei und abonniert den kanal es wird natürlich immer jeden zweiten tag regelmäßig was kommt meine lieben ich bin richtig motiviert dank euch ihr seid die besten ja morgen geht es weiter auf viel fifa mit einem video von mir macht's gut euer uni ist raus ich wünsche euch allen noch einen schönen tag haut rein und ciao